Hast du jemals eine Katze erlebt, die plötzlich überall in der Wohnung uriniert oder ständig miaut, wenn sie aufs Katzenklo geht? Das kann ein Hinweis auf eine Blasenentzündung sein. Diese lästige Krankheit kann bei Katzen sehr unangenehm sein und sogar zu ernsthaften Komplikationen führen, wenn sie nicht behandelt wird. Aber keine Sorge, ich erzähle dir hier alles, was du darüber wissen musst. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass eine Blasenentzündung bei Katzen sehr ähnlich zu der beim Menschen ist. Es handelt sich um eine Infektion der Harnwege, die Schmerzen beim Wasserlassen und den Harndrang verursacht. Katzen können jedoch nicht einfach sagen, was ihnen wehtut, also müssen wir auf bestimmte Symptome achten. Das erste Anzeichen einer Blasenentzündung bei Katzen ist meistens, dass sie sich ungewöhnlich oft putzt. Das liegt daran, dass sie versucht, das unangenehme Gefühl im Genetialbereich zu lindern. Außerdem können Katzen mit einer Blasenentzündung anfangen, auf Gegenstände zu urinieren, die sie normalerweise meiden würden. Du wirst auch bemerken, dass sie öfter aufs Katzenklo gehen als üblich und oft nur kleine Mengen Urin ablassen. Wenn du eines oder mehrere dieser Symptome bei deiner Katze bemerkst, solltest du sofort einen Tierarzt aufsuchen. Eine Blasenentzündung kann schnell schlimmer werden und zu Komplikationen führen. In schweren Fällen kann es sogar dazu kommen, dass deine Katze nicht mehr urinieren kann, was ein medizinischer Notfall ist. Der Tierarzt wird eine Untersuchung durchführen und in der Regel eine Urinprobe entnehmen. Das gibt ihm die Möglichkeit, die Art der Infektion zu identifizieren und die beste Behandlung zu empfehlen. In den meisten Fällen werden Antibiotika verschrieben, um die Infektion zu beseitigen und die Symptome zu lindern. Um eine Blasenentzündung bei Katzen zu vermeiden, solltest du sicherstellen, dass deine Katze genügend Wasser trinkt und eine ausgewogene Ernährung erhält. Eine gute Hygiene des Katzenklos und des Wohnbereichs ist ebenfalls wichtig, um das Risiko von Infektion zu minimieren. Also wenn du bemerkst, dass deine Katze ungewöhnlich oft aufs Katzenklo geht oder auf ungewöhnliche Gegenstände uriniert, dann zögere nicht, den Tierarzt aufzusuchen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung kann deiner Katze viel Leid ersparen und dir ein gesundes, glückliches Leben ermöglichen. Möchtest du jetzt noch wissen, warum Katzen schreien bei der Paarung? Dann schaue dir unbedingt das Video an, was ich dir hier an dieser Stelle verlinke.